ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen folge zu meinem 24 monate langzeit praxistest meines ford kuga plug-in hybrid heute soll es mal etwas genauer das hatte ich schon öfter angekündigt um die ev fahrmodi gehen das heißt wir haben ja vier fahrmodi hier und die möchte ich euch mal gerne vorstellen so ihr könnt hier sehen wir haben hier jetzt nur noch beziehungsweise das akku der akku hat nur noch fünf prozent ladevolumen würde noch für etwa drei kilometer reichen und ich stelle euch mal ganz kurz das habe ich schon in einem anderen video gemacht aber die verschiedenen fahrmodi vorher rechts an der mittelkonsole habe ich eine taste da kann ich jetzt hier einmal die normal variante einschalten dann haben wir die eco variante dann haben wir hier die sport variante die rutschig variante schnee und sand und dann kommen wir wieder zu normal zurück das sind die fahrmodi da merkt ihr unterschiede zwischen der gasannahme und so weiter die stelle ich aber noch mal in einem anderen video vor heute soll es um die ev varianten gehen und da drücke ich einen anderen knopf und da seht ihr hier ev modus normalbetrieb ist da schaltet der wagen immer in die in der standard variante entsprechend ein da ist es so dass ihr immer elektrisch losfahrt und dann wenn ihr ein bisschen mehr gas gibt oder das akku leer ist schaltet sich automatisch leider verschwindet die angabe hier andauernd schaltet sich dann automatisch dass der verbrennermotor dazu so dann haben wir hier die zweite das ist der rein elektrisch fahrende modi da schaltet sich egal was passiert die der verbrennermodus nicht dazu da habt ihr dann wenn ihr das einschaltet immer im cockpit auch noch eine information da steht dann ok drücken für motor anschalten das heißt wenn ihr dann wenn ihr in diesem modi hier unterwegs seid fährt er wirklich nur elektrisch und nur wenn ihr auf den ok knopf auf dem lenkrad drückt dann schaltet sich der verbrenner ein dann aber die dritte fahrstufe die heißt reserve energie für später das heißt da fahrt ihr nur mit dem verbrenner und da schaltet sich das akku beziehungsweise die elektromotoren generell nicht ein und dann gibt es noch die vierte variante ev aufladen motor läuft batterie motor lädt batterie auf da läuft immer in dem modi läuft immer der verbrenner und lädt dann die das akku die akkuleistung dann auf das ist im prinzip der unwirtschaftlichste lademodus aber damit fange ich mal an das heißt ihr seht ja wie gesagt ihr habt ja gesehen hier fünf prozent nur noch akkuleistung und da will ich einfach mal schauen ich werde jetzt 100 kilometer in diesem modi fahren generell und werde dann den bordcomputer ausrechnen lassen wie viel kilometer auf 100 ich dann an sprit brauche weil er ja da kein elektrisch fahren zulässt und ich möchte einfach wissen was dieser ungünstige verbrauchsmodus also hier dieser motor er geht immer wieder aus was der mit dem vierer fangen wir an und dann gehen wir weiter hin und ich fahre dann auch später noch mal 100 kilometer auf dem a modus und ich werde auch noch mal 100 kilometer fahren es ist nervig 100 kilometer fahren auf dem reinen verbrenner motor damit wir da die die verbrauchswerte bekommen ich verlasse mich davon bei den verbrauchswerten auf den bordcomputer und der gibt mir dann die 100 kilometer wenn ich 100 kilometer gefahren bin kann ich euch das dann sagen natürlich wird dieses video in verschiedenen ja das mache ich nicht alles an einem tag natürlich werde euch dann für dieses video ein paar sequenzen der ergebnisse der verbrauchswerte die sicherlich für einige sehr interessant sein werden denke ich mal und auch für mich ich habe das so noch nicht gemacht ihr seht kilometer stand ist knapp 1200 und da bin ich mal sehr gespannt welche werte da rauskommen und ja dann geht es da etwas später weiter so hier könnt ihr sehr schön sehen auf dieser grafik die hier auf dem bildschirm angezeigt wird was in diesem fahrmodi passiert vorne sieht man ist der motor an und das grüne ist das akku und der akku meine güte irgendwann lerne ich und er wird jetzt halt aufgeladen während ich fahre und jetzt nehme ich mal kurz gas weg und dann seht ihr das jetzt doppelt geladen wird das heißt die rekuperation funktioniert jetzt das heißt einmal lädt der motor den akku auf und gleichzeitig beim gas wegnehmen die rekuperation noch mal zusätzlich bin mal sehr gespannt wie lange oder wie kurz es dauert bis dass der akku voll ist so jetzt bin ich 100 bzw hier etwas mehr 103 kilometer gefahren mit dem modus der wie alle es beschreiben am absolut uneffektivsten ist und mit dem man bloß böse 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 nicht fahren sollen und das was ihr hier jetzt seht im cockpit die zahlen sind etwas erstaunlich auch für mich muss ich sagen fangen wir mal oben rechts an sechs grad das heißt ich habe jetzt drei tage für die 100 kilometer gebraucht und es war kein tag über zehn grad also eher etwas kühler ich habe insgesamt 2,2 stunden ungefähr gebraucht um die 100 kilometer zu fahren das heißt es ist auch klar zu sehen ich war nicht auf der autobahn bin ich schnell gefahren das waren alles kurzstrecke spricht also auch eher gegen diesen modus also ungünstig eigentlich dafür 103,2 kilometer davon bin ich 24 kilometer elektrisch gefahren nicht deswegen weil ich zwischendurch vergessen habe den modus einzuschalten weil bei jedem wieder losfahren musste ich ja diesen modus extra auch einschalten sondern es ist so dass sie wenn dieser modus 80 prozent akkuleistung hat dann schaltet er sich automatisch obwohl man obwohl der modus eigentlich heißt motor läuft um batterie aufzuladen mehr als 80 prozent kriegt ihr mit diesem modus den akku nicht aufgeladen das heißt er schaltet sich dann immer bei stop and go verkehr oder an der ampel oder bei ganz ganz langsamer fahrt schaltet sich immer wieder der elektromotor ein das heißt ich bin 24 kilometer von den 103 kilometern elektrisch gefahren aber jetzt guckt mal bitte auf den verbrauch 8 liter auf 100 das heißt ich habe in diesem furchtbar schlechten modus 8 liter gebraucht ich muss dazugeben als ich losgefahren bin hat er mehr angezeigt 12 13 14 liter ist aber dann mit der zeit runtergegangen und dann ist natürlich besonders runtergegangen als er dann zum schluss mit dem elektrischen modus immer wieder zugesteuert hat jetzt müssen wir aber mal rechnen denn die 8 liter sind ja nicht der verbrauch auf 100 denn wie ihr jetzt unten in der mitte seht ich habe jetzt noch 45 kilometer hätte ich jetzt noch habe ich natürlich mit dem modus aufgeladen das heißt ich könnte jetzt noch 45 kilometer mit null verbrauch pro 100 fahren das heißt um den verbrauch jetzt auszurechnen nehmen wir die 103 liter die 103 kilometer die ich gefahren bin und noch die 45 die ich noch fahren könnte sind wir mal großzügig damit es einfacher zu rechnen ist das heißt wir hätten 150 kilometer dann gefahren und hätten acht liter auf 100 gebraucht acht liter durch 150 kilometer sind 5,333 liter das heißt dieses auto hier hat in diesem ganz furchtbar schlechten modus 5,3 liter auf 100 gebraucht finde ich absolut spitzenmäßig ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020